Hm. Tada! Muss ich euch beide daran erinnern, wie ein geflügeltes Einhorn aussieht? Da uns das geflügelte Einhorn immer wieder durch die Lappen geht, dachten wir, dass dieser seltene Blue Bardo mit großem Aufwand erworben euch vielleicht etwas amüsieren könnte. Oh ja, er hat uns schon stundenlang unterhalten und mit seiner lustigen Art erfreut. Stunden, die ihr besser damit verbracht hättet, eure Aufgabe zu erledigen. Los, fang an, oder der Boss wird dich zum Abendbrot verspeisen. Vielleicht wird mich dieser Vogel tatsächlich etwas ablenken. Euer ständiges Versagen ist ermüdend und anstrengend. Du, hässliches Ding, tanz! 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 Nein! Eine eisige Freundschaft wirst du pflegen. Die einzigen, die im Eis leben, sind die Blue Bardos, oder? Das bedeutet, auf geht's mal wieder zum Nordhorn. Leute, seht doch! Hä? Was ist das? Eisige Freunde! Gutes Timing! Willkommen, Freunde! Was bringt euch denn so weit nach Süden? Wartet! Vorsicht, ihr kleinen Racker, das ist gefährlich! Nacht, Ranke! Böse, nicht anfassen! Ich denke, sie haben es verstanden. Richtig toll wäre es, wenn wir jetzt auch noch verstehen könnten, was sie wollen. So, dann... also...